Liebe Leute, Mr1234 am Start. Sorry, dass ich mich anders anhöre. Ich bin gerade aufgemacht, weil ich habe, glaube ich, zwei Stunden gebraucht und mir ging es halt nicht gut. Aber das ist der Erfolg von mir. In meinem hundertsten Video habe ich zwar nichts besonderes vorbereitet, aber ich werde einfach jetzt das neunste Türchen hier aufmachen. Da es kein Puzzleball ist, geht es auch besonders schnell. Und wir haben nochmal so ein Memoriespiel drin. Hier, gucken wir mal, was wir alles haben. Hier Wiese. Torlatten, glaube ich. Ein Teller. Ein Tor. Supercup-Logo. Und nochmal Fußball-Logo. Das kommt dann hier unten hin. Und damit haben wir quasi zwei Memoriespieler. Ab morgen werden die Türchen wieder zu Hause bei mir geöffnet, weil das war das letzte Türchen, was hier geöffnet wurde. Ja, und ich hoffe, euch hat mir ein hundertstes Video trotzdem gefallen. Lass einen Daumen hoch da, während uns morgen wieder, morgen kommt wieder viel, viel mehr auf meinen Kanal. Und bis dahin. Ciao. 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 Ciao.